was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an zuschauer und abonnenten wir spielen heute den ls-17 auf der mining construction zusammen mit dem mac manus warst du hier krebel am schaufeln? ich bin hier krebel am schaufeln das stimmt ich war steine holen ja ja deine brauchen wir auch wir haben keine mehr einmal den krebel verladen wie war dein tag eigentlich ganz chillig ich war heute auf einen kann man das sagen ja schon auf einen lehrgang und daher ein bisschen früher zu hause war jetzt noch in der fitte gewesen mit in ihrem bruder ja da hat einen rausgucken lassen glaube ich der typ hat arme alter leckt mich am arsch meine beine ne das ist einfach der vorteil ist einfach der zu zweit trainiert sich halt einfach wenn ich einfach intensiver und besser weil du dich gegenseitig so ein bisschen ja unterstützt so machst und mit den übungen und auch mal quatschen kannst hier probiert aber das und so neue übungen doch ein bisschen gehen wir mal zu wechseln warte mal stone powder wo wollte ich das jetzt hinfahren das ist große preisfrage gerade ja in der asphaltfabrik da wüsste ich jetzt sonst wüsste ich jetzt nicht wo du ach ja stimmt da war was aber ich glaube das habe ich aufgefüllt schon die krebel stopp krebel krebel habe ich aufgefüllten das fall fabrik weil ich eigentlich im rest ja wohl so auch ja wahrscheinlich und meine baustelle ist das hier bei dem cat bei dem radlader alles spiegel verkehrt eigentlich nicht wenn du hoch ist geht er runter ja genau ich habe ein neues maus bett habe ich mir mal bestellen was aha was denn ein frise maus pad ja also hast du nicht mit du musst mal mit hier mit denen unseren merchpartnern typen da labern christian christian gutschein codes für und wo sonst und so ich habe von c series maus bett und zwar 1 90 zentimeter ist das also wo die tastatur gleich mit drauf ist ja komplett durchgeht das finde ich halt geil ja mein maus pad das geht jetzt an der seite wirkt sich das so so auf da wo meine hand immer drauf liegt ja ja so freunde das schaffen wir mal den köpfe noch weg da gibt es wieder ein paar euros hatten wir noch für irgendwas ne hatten wir für irgendwas jetzt gerade eine dose thunfisch gegessen jetzt dringend eifach dann gibt es abendbrot lachs im gemüse bett ist das denn also lachs ist mir klar und dann in gemüse eingelegt mit gemüse halt ne mit gemüse mit ofengemüse dann kannst du nicht ein rosten ne da ein ins so jetzt Jetzt will ich erst mal Stone-Dinger machen. Wir kriegen eine neue auf der Arbeit. Eine knackige 21-Jährige. Frühschau aus der Lehre raus. Echt? Ja. Und dann kam mein Chef und Personalchef aus dem Büro raus. Und ich lief gerade da vorbei. Und Christian, was sagst du? Ich so, ich würde sie nehmen. Und beide grinsen so. Ich sagte, wenn ich Chef wäre zum Einstellen, nicht so, ja, ja, machen die beide. Da, aber ey. Ihr seid schöne Taschenfüller, ey. Ohne Scheiß. Ich bin echt froh, dass ich mit denen so gut klarkomme, ey. Junge, Junge, Junge. Da. Der LKW. Gut, brauchen wir jetzt noch irgendwas oben? Überleg, eigentlich könnte ich mal eine Runde Rubber noch fahren, oder? Oder das, ja. Autoreibend zum Schredder bringen. Stop. Den Sohn der Affen, ey, dieser Verkehr. Ne Unschau, dass der KI-Verkehr im 19er einfach mal ein bisschen besser wird, ey. Oh, ich wurde da auf einem besseren Gelehrt. Das heißt nicht KI, sondern AI. Ja, ich habe auch gesagt, ich habe meine... Warum heißt es denn AI? Ich habe keine Ahnung. Ich habe meine Folge genannt, die KI-Nerv, weil ich mich da so festgefahren hatte oder irgendwie so was. Und dann hat er wieder einen übelsten Text, das ist keine KI, KI ist eine künstliche Intelligenz, das ist eine AI, die auf eine irgendwie was basiert und ich habe mir nur gesagt, alles klar. Offline. Ja, so ungefähr, ja, gehe ich offline. So. War an deinem Tag, was hast du heute gemacht? Gearbeitet. War ganz okay, Montag. Warte mich kurzzeitig mal kurz mit Bär, deine Köppe. Was? Ja, aber arbeitsmäßig. Ja, ja, steh schon. Okay, krass. Aber dann ist so eine halbe Stunde vergangen und dann läuft ja wir vorbei und grinst mich an und sagt, du bist ein Spasti und ich grinst dann so, ich sagte, nee, du. Und dann haben wir auch wieder alles gegessen. Richtig, klar, man ist nicht mit der lange gar nicht streiten, oder? Nein, das war eigentlich vollständig drauf. Die macht sich Standpunkt klar und dann ist das auch wieder gut, ne? Aber das macht sie tatsächlich, ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht, ey. Da hat er so wenig hört von der Beta, ich höre ja immer nur im Live-Stream was. Na, wir haben. Wirklich nett. Ich bin doch auch gerne, ne? Ich bin doch gerne, ne? Ich bin doch gerne. Ja, immer noch so viel Fortnite, oder? Ja, ne, Fortnite ist, sei ihr Main-Tier, spielt die spiele ab und zu auch noch ein bisschen Rocket League und so. recht aber das ist ja gar nicht mein game ja rocket league ist das früher gespielt dass ich finde das schon ganz cool muss ich ehrlich sagen macht auch spaß aber das ist auch so ein spiel muss ich sehr viel üben ja da musst du wirklich viel viel klar bei fordnit auch aus der spüße des lässigen aber dort dann gibt es mal schön was für den schredder hier autoreifen guck mal wie viel geschreddert gummi hier aber wir brauchen oben ja moment planer meinst du in der asphalt fabrik daraus also rubber passt hier ein 50.000 liter und 6500 sind noch drin 43 5 mitbringen dann machen wir das doch überlegen was ich morgen stream also morgen ja gut wenn die folge kommt mal überlegen was ich gestern stream klingt auch wieder doof könnte man mal machen ach wo du das gerade sagst wir haben den release von state of decay auf montag gelegt also nicht nicht 22 sondern 21 jahr die ersten videos sind schon draußen hier dalo hat schon videos rausgebracht ne ich habe es aber vorgestellt beim windows store ach so weil das ist aber nicht windows 10 only da sagst du was da muss ich da muss ich gleich mal durch das weiß ich gerade gar nicht weil im moment gibt es dort nur im windows store noch nicht mal kinguin oder so hat das keine es hat wahrscheinlich keiner die machen wahrscheinlich kompletten eigenvertrieb da kommt der kohle rum bei den geld geier drücke drücken dann war unter kontrolle ist es jenseits von gut und böse hast du guckst du gerade ne guck mal nach oder ich guck gleich eben ja belegen was morgen spiele ja morgen gleich muss ja gar nicht mal so doof weil die vollkommen donnerstag und freitag ist ja live was ist ja so schön nicht anstelle cross out keine ahnung sonst es kommt auch im moment nichts gutes raus ach so der psychiatersimulator ist ja rausgekommen habe ich mir angeguckt ich habe kies gekriegt oder ein key gekriegt ja stimmt das habe ich auch gekriegt jetzt wo du sagst deswegen hatte ich mir den glaube ich angeschaut ja ich habe mir den auch angeschaut aber das machen wir dann doch ja bappadibaba wir brauchen stone powder wir sind echt am kakadu ey ich habe gerade schon zwei hänger stone in den crusher geschmissen dann müsste gleich stone powder zumindest anfangen zu produzieren brauchen auch cola kannst du mich schon mal cola beladen wo bist du in der mine ich bin in der mine ja gerade steinmine ich kann kommen wo bist du schon kohle mine war gerade rein ich komme sauerstoffmangel hier in meinem zimmer habe ich auch manchmal das gefühl hier bei mir im keller heute war gut bei uns gutes wetter er war auch ganz schön das wäre eigentlich aber dann ging es auf einmal los und hat gedraht aber das gute ist und bei dieser ganze blüten staub der gelbe weg ja das ist ja egal das kannst du kein fenster aufmachen kannst du gar nichts machen hier so war ach mit dem bagger wieder da wird es ja lustig das ding packt hier irgendwo voll rum hängen hier voll fest so aber meine lieben freunde wir sind schon am ende unserer folge angekommen wenn es euch gefallen hat das like nicht vergessen schaut zur nächsten folge wieder vorbei schaut bei manus vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten mal haut rein ja 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 ja